Wir bekommen häufig die Anfrage, ob man als deutscher GmbH-Gesellschaft dann nicht einfach an die Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also Dubai, gründen kann. Dann schreibt diese Gesellschaft Rechnung nach Deutschland. Die ziehe ich als Betriebsausgabe ab, zahle keine 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, auch keine Gewinnausschüttung mit 25% Steuerbelastung, sondern versteuere diese Einnahmen in Dubai mit einem Steuersatz zwischen 0 bis 9%. Anschließend kann ich vielleicht sogar die Gewinne ausschütten und zahle hierauf ebenfalls 0%. Wie genau die steuerlichen Strukturen funktionieren, bespreche ich heute hier in Dubai mit Omar. Er ist Rechtsanwalt in Deutschland, Legal Consultant hier in Dubai, lebt seit 8 Jahren hier. Und ich werde es aus deutscher steuerlicher Sicht einmal mit beurteilen. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Ja, und das ist in der Tat internationales Unternehmenssteuerrecht. Wir beraten deutsches Steuerrecht und internationales, bauen quasi die Brücke rüber nach Dubai und in andere Länder. Hier in Dubai arbeiten wir dann mit Omar zusammen. Omar, vielen Dank, dass du hier bist. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir auch viele Fälle letztendlich gemeinsam schon betreut haben, was genau diese Fragen angeht. Das ist einer der Klassiker am Ende des Tages. Der deutsche Unternehmer, der weiß, er muss in Deutschland in blau hier 50% Steuern zahlen und dann gibt es eine Welt in Dubai. Aber ich bin mir das erste Mal von Dubai-Sicht durch. Das Besondere an diesem Video ist, dass wenn Sie selber aufsetzen wollen, brauchen Sie einen Steueranwalt, Steuerberater hier in Dubai, der es aus Dubai-Sicht beleuchtet. Sie brauchen aber auch einen, der es aus deutscher, internationaler Sicht begleitet. Und die beiden müssen auch noch sich kennen, miteinander beraten und auch Ahnung von der Thematik haben, also sehr schwer. Wir machen diese Fälle in der Tat nahezu jeden Tag gemeinsam. Dazu gehört das deutsche Steuerrecht, Wegzugsteuer, internationale Steuerthemen. Dazu gehört die Firmengründung und die Firmenbesteuerung in Dubai. Und danach auch die Finanzbuchhaltung und die jährlichen Steuererklärungen. Am Ende des Tages bekommen Sie hier an diesem Tisch alles aus einer Hand. Aber sag mal, Oma, aus deiner Sicht, jetzt haben wir den Deutschen, der in Rot die LIC gegründet haben und der schreibt eine Rechnung nach Deutschland. Kann er Rechnung schreiben? Absolut, ja. Jetzt kommt die Betriebseinnahme in Dubai an und die muss ich ja eigentlich versteuern. Jetzt hatten wir ja immer einen Steuersatz von Null. Wir haben eine neue Körperschaftsteuer eingeführt von 9%. Haben Oma und ich bereits ein Video gemacht, verlinken wir einmal hier oben. Aber nochmal zusammengefasst, waren 9% waren Null. Genau, also wenn ich ins Mainland faktoriere, dann werde ich die 9% zahlen müssen. Mainland heißt Staatsgebiet für Bürger, die hier wohnen und für Unternehmen, die hier lokal tätig sind. Absolut richtig, genau. Wenn ich aber mein Geschäftssitz in der Freezone oder in einer der zahlreichen Freezones habe und dann bestimmte Voraussetzungen erfülle, kann ich tatsächlich mit 0% Steuerpflicht eben rauskommen. Ob ich in Mainland meine Company habe oder ob ich die in der Freihandelszone, das kann man frei entscheiden als Unternehmer. In dem Fall würde man die in der Freihandelszone gründen, also FZ. Und ich darf dann die Rechnung eben nicht an Privatpersonen hier in Dubai faktorieren, dann ist das schädlich, 9%. Richtig. Ich darf die Rechnung auch nach Deutschland schreiben, dann vom Grundsatz her 0%. Genau, zumindest öffne ich dann das Tor für die Begünstigung. Ich öffne das Tor. Weitere Voraussetzung ist, die LLC braucht entsprechende Substanz. Ja, genau. Also Briefkastenfirmen, das klassische Beispiel, würden hier nicht ausreichen. Das Gesetz verlangt schon, dass da eben wirkliche Substanz hinter ist. Okay, das heißt, der Unternehmer, der rein aus Deutschland die Dubai LLC hat und Rechnung nach Deutschland schreibt, kannst du umgangssprachlich knicken. Das funktioniert nicht. Du brauchst Substanz hier, weil dann bekommst du in Dubai eben nicht die 0%, sondern bist bei 9%. Genau, wobei Substanz gesetzlich natürlich nicht geregelt ist. Das heißt, es kann sein, dass eben ein Unternehmer mit seinem Unternehmen die Substanz aufweist und damit dann eben die Begünstigung erhält. Okay, aus deutscher Steuerrechte Sicht ist die Struktur, wie hier eingezeichnet, auch noch sehr schwer, weil am Ende des Tages hat die deutsche Person beim deutschen Finanzamt mitzuteilen, dass sie in Dubai, also eine ausländische Gesellschaft gegründet hat, das Finanzamt weiß dann darüber Bescheid. Und es gibt die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung, die besagt, kurz gefasst, hast du im Ausland keine Substanz, musst du die kompletten Gewinne in Deutschland nochmal mit rund 50% nachdenken. Das ganze Modell, also diese Gewinne wären dann doch nochmal in Deutschland komplett steuerpflichtig. Also damit würde das Modell so aus deutscher Steuerrechte Sicht auch nicht funktionieren. Wie sieht es denn aus, wenn die Person nun auch ins Ausland auswandert und jetzt im Ausland ansässig ist und erhält dann die Anteile? Und jetzt fährt er auch jeden Tag in sein Büro in einer Freihandelszone, also ich stehe in einem Wolkenkratzer sozusagen, da kann man sich Büros anmieten und arbeitet dort auch an einem Schreibtisch in so einer Freihandelszone und stellt seine Leistung dann nach Deutschland in Rechnung. Substanz, die ausreicht? Im Zweifel ja, wie gesagt, es ist nicht klar geregelt, aber im Zweifel ja. Okay, das heißt vom Grundsatz her bin ich dann bei 9% und durchaus realistisch, es gibt keine klaren Urteile dazu. Also wir sagen an dieser Stelle immer, das Körperschaftssteuer ist noch nicht richtig eingeführt, die kommt erst 2024, muss ich 2025 abgeben, die Steuererklärung. Da gibt es noch keinen Steuerbescheid zu, da gibt es noch keine Gerichtsentscheidung zu, also alles noch ganz frisch. Aber vom Grundsatz her 0%, das heißt von 100 Euro minus 0% habe ich 100 Euro brutto gleich netto in meiner LLC-Freihandelszone-Gesellschaft. Jetzt schütte ich diese 100 Euro an mich privat aus, ich lebe ja jetzt in Dubai, wie viel Kapitalertragssteuer zahle ich auf Gewinnausschüttung? 0%. 0%, 100 Euro brutto gleich netto, jetzt sagt der deutsche Steuerberater, das kann nicht sein, die deutschen Zuhörer sagen auch, das kann doch nicht sein, sagt der Anwalt aus Dubai. Doch, das geht schon. Ist das normal aus der Welt hier, ne? Ja, richtig. Ist so. Also genauso wie es unvorstellbar ist, dass man keine Steuern zahlt aus deutscher Sicht, so ist es aus Dubai-Gesellschaft unvorstellbar, dass jemand auf den 100 Euro Gewinn auf einmal irgendeine Steuer abhaben will in irgendeinem Staat. Genau. Das ist bei vielen, die hier aufgewachsen sind, unvorstellbar. Richtig. Das ist eine komplett neue Welt. Okay, jetzt spielen wir es mal weiter aus deutscher Sicht durch. Aus deutscher Sicht sage ich, er sollte als Deutscher noch nicht die LLC gründen, er muss dem Finanzamt mitteilen, er hat die Zurechnungsbesteuerung und er hat die sogenannte Wegzugsbesteuerung, weil wenn er wegzieht, hat die Gesellschaft ja vielleicht schon einen Wert und den Unternehmenswert muss man beim Wegzug dann für alle Kapitalgesellschaften, nicht nur für Deutsche, sondern auch für ausländische Strukturen, versteuern. Ich spiele es mal weiter durch aus deutscher Sicht. Ich wandere erst aus, gründe dann als Dubai-Steuerpflichtiger diese Dubai-Gesellschaft und schreibe dann die Rechnung. Das ist doch für dich aus Dubai-Sicht gar kein Problem. Richtig. Ja. Es ist für mich aus deutscher Sicht ein Problem. Grundsätzlich, wenn die Betriebsausgaben hier angemessen sind und jetzt keine Lizenzgebühren oder irgendwas anderes ist, oder Zinsen, die ich abziehen will, dafür gibt es besondere Abzugsbeschränkungen für Lizenzgebühren und Zinsen, aber wenn es Dienstleistungsrechnungen sind, kann ich die vom Grundsatz her abziehen. Dann müssen wir in deutscher Sicht auch gucken, bin ich damit noch beschränkt steuerpflichtig in Deutschland, aber das kann man auch so strukturieren, dass ich hier eben nicht steuerpflichtig bin mit meiner Dubai-LLC in Deutschland, mit dem Ergebnis, dass ich hier volle Betriebsausgaben habe an dieser Stelle und Dubai die mit 0% besteuert. Richtig. Das Problem, was man aus deutscher Sicht am Ende des Tages hat, ist natürlich die Wegzugsbesteuerung auf die deutschen GmbH-Anteile, aber auch dazu gibt es Steuerstrukturen, wie man das vermeiden kann. Die habe ich Ihnen bereits einmal hier oben verlinkt, da haben wir dutzende Videos bei YouTube online, kostenlos. Also, aber das ist eine Struktur, wo wir beide sagen würden, das kann man umsetzen, das bekommt man hin, wenn man gemeinsam hier am Tisch sitzt mit dem Mandanten, kann man umsetzen. Genau, vollkommen richtig. Alles klar. Sie merken, Sie bekommen an diesem Tisch alles aus einer Hand, deutsches Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht in Dubai und natürlich wird dann auch hier an diesem Tisch die Buchhaltung und die Jahressteuererklärung übernommen. Wenn Sie Fragen zu solchen Strukturen haben, melden Sie sich sehr gerne, wir freuen uns.